Hallo, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute soll es mal nicht um das Wohnmobil gehen, auch nicht um einen Stellplatz oder Campingplatz. Heute soll es einfach mal um ein kleines Anliegen von uns gehen und zwar um das Thema Advent. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, brennt es? Jawohl. Das 1, logisch, Rita hat auch nicht mehr angezündet. Es ist auch erst in wenigen Stunden der 1. Advent. Und genau darum geht es uns heute. Und zwar ist heute der 1. Dezember 2018 und morgen ist schon der 1. Advent. Genau. Also können wir nur hoffen, dass ihr auch heute schon das erste Türchen geöffnet habt. In wenigen Stunden ist der 1. Advent. Und zu diesem 1. Advent wollen wir all unseren Familienmitgliedern, allen Verwandten und Bekannten, Freunden und natürlich auch unseren Abonnenten und auch die, die es vielleicht noch werden wollen. Euch allen wollen wir eine schöne, besinnliche Vorweihnachtszeit wünschen. Wir hoffen, ihr genießt viele Stunden auf den Weihnachtsmärkten bei Lebkuchen und Blühwein. Alleine, wenn man schon an den Duft denkt. Wer richtig viel Glück hat, hat auch noch Schnee auf dem Weihnachtsmarkt. Das haben wir vor drei Jahren gehabt. Ja, es war sehr schön. In Wolfsburg über den Weihnachtsmarkt gegangen und mitten in unserem Besuch fing es an, richtig dicke, fette Flocken zu schneiden. Das war so ein schönes Ambiente. Schön romantisch. Genau, das hat richtig Spaß gemacht. Dann denkt da dran, es bleiben nur noch 21 Tage, naja 22, zum Einkaufen von Geschenken. Nicht erst wieder in den letzten paar Minuten losgehen. Also, lasst auch in den letzten Tagen nicht mehr allzu viel Stress an euch ran. Genießt die Vorweihnachtszeit. Genau, stressfreie Vorweihnachtszeit. Das ist das Motto. Und auf dieses Motto trinken wir mit euch zusammen einen schönen leckeren Glühwein. Prost. Prost, mein Schatz. Und dann verbleiben wir bis zu unserem nächsten Video. Einiges ist ja noch geplant. Lieben Grüßen. Rita. Und Thomas. Reisemobil. Statt Reisetabletten. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Wir sind's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020